Okay, hier ist nichts weiter. Crazy! Oh man! Warte mal! Moment! Hab eh Doos hier, trink ne Cola! Okay. Ja, man hat ein sehr kleines Inventar am Anfang. Man kann bestimmt noch irgendwas finden, um das zu vergrößern, da bin ich mir sicher, aber... Am Anfang? Ah, ja guck mal, jetzt hat man doch mal gewohnte Waffen. Jetzt hat man mal gewohnte Waffen in der Hand, sehr schön. Da komm ich doch bestimmt noch rein, oder? Echt? Anscheinend komm ich in das Auto echt nicht rein. Doch, grad so. Jut. Ein bisschen Muni, ist das für die Schrotze, äh, für die 9mm? Ne, ich glaube nicht, das müsste für ne Pistole sein. Ähm. Okay. Irgendwie durchs Auto durchgeflutscht oder so. Ah, warte mal, Muni kann ich nicht hier lassen, das ist ein Kide nicht. Ähm. Ja, jetzt essen wir aber auch totale Verschwendung, ehrlich gesagt. Brauche ich jetzt auch keinen Pain-Killer, aber wegschmeißen will ich ihn auch nicht. Ach, komm, ähm. Ja, ähm. Ja, duf jetzt, ähm. Ja, entschuldige, ich kann ihn nicht benutzen, ich hab keine Verletzung. Na ja, und die 9mm dürfte nicht für diese Waffe sein. Aber mal ausprobieren. Kann ich irgendwie was nachladen oder so? Tatsächlich. Habe ich jetzt Platz? Ja. Okay, ist doch für diese Waffe. Hab zwar nur 8 Schuss, die will ich jetzt nicht unbedingt verschwenden. Aber, ich will jetzt sowieso erstmal, wenn's geht, weiß ich nicht, wo ich bin. Jetzt zeig ich mir hier nicht an auf der Karte. Wo war meine Scheune? War die das? Ja, ne? Oder war das die Richtung? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir werden hier definitiv noch genauer gucken. Ich muss mich bloß entleeren. Ne, hast doch nicht meine Scheune hier. Oder? Auf Wassertürmen meistens drauf, die Rucksäcke. Na, ich war ja vorne auf einen. Aber gut, eins nach dem anderen. Lass mich jetzt erstmal meine Scheune wiederfinden. Verdammt. Wieso wird denn das nicht auf der Karte angezeigt? Na, ich brauche einen Stift dafür. Ich seh mich ja nicht mal selber. Ich meine, ich bin hier drauf zugelaufen. Das weiß ich. Das heißt, das muss hier lang irgendwo sein. Ah, ich seh sie. Ich seh sie. Sehr schön. Ach, gut, gut, gut. Kann ja mal vorkommen. Boah, hier bei mir in der Nähe gibt es halt auch nicht wirklich viel zu looten. Da brauche ich gleich noch Steine. Wir können mal gucken, ob da noch irgendwo was ist. Eins nach dem anderen. Auf jeden Fall. Acht Schuss sind nicht viel, ehrlich gesagt. So, ein Bieschen kann ich ja schon mal reinmachen. Ja. Gut, ich brauche aber noch einen Schrottteil. Irgendwas einstacken, was da rein kann? Nee, ne? Mö. Gut. Den, ähm. Ähm. Danke. Wollte ich zwar nicht, aber danke. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie Gästmassen. Den behalte ich mal. Den auch. Die Muni, die kann ich hier erstmal rausschmeißen, ehrlich gesagt. Cola behalte ich. Das ist auch Essen. Das behalte ich definitiv auch. Genau wie die Tomatensuppe. Der kann erstmal raus. Der Reifen kann erstmal raus. Genau wie die Zündkerze. Die behalte ich auch mal. Das ist noch Ersatzmonie. Und die Machete. Ich habe hier eine. Das kann erstmal hier bleiben. Jetzt brauche ich erstmal noch einen, so ein komisches Dingsbumsteil da. So ein Schrottteil. Und vor allen Dingen Steine. Ich habe letztendlich vor, alles mitzunehmen, was man so findet. Aber dafür brauchen wir halt auch erstmal dementsprechend Platz. Jut, Jut. Ein Eimer. Sehr schön. Schon wieder fast voll, ne? Ja, selbstverständlich. Hier, Schloch haben wir. Einmal haben wir den Eimer. Braucht ich auch für irgendwas. Gut, 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 gut. Ich will jetzt erstmal, wenn ich eh zu Hause bin. Ich glaube, ich werde tief, tief, tief nochmal in die Stadt müssen. Fühlt doch kein Weg dran vorbei. Ich komme ja nicht an Zeugs. Hier braucht ihr dann einmal genau. So, im Grunde umfällt mir eigentlich nur noch Stein und ein Schrottteil. Aber mal abgesehen davon, womit fülle ich das Ding auf? Ah, ich muss mir erstmal ein Leben machen. Nützt alles nix. Das wollte ich ja mitnehmen, das auch. Aber das hier kann erstmal raus. Das kann erstmal raus. Das kann erstmal raus. Hier ist ja nicht wirklich was in der Nähe. Ich bin hier echt in der Pampa gespawnt. Wie spät ist das denn? Ah, gut, Zeit hätte ich noch. Zeit hätte ich noch. So ist das nicht. Den muss ich wirklich in die City nochmal gucken. Da wird ja wohl noch irgendwo ein Schrottteil rumliegen. Na bin Feuer, Mausi. Guten Abend. Stimmt. Die Kommode, die habe ich ganz vergessen. Stimmt, da passen ja auch noch Sachen rein. Ja, weh, die später umräumen. Ah, ich habe ja schon gesehen. Ich weiß vielleicht jetzt nicht genau, wo die sind. Aber ich habe ja schon gesehen, man konnte irgendwo Schränke oder sowas bauen. Hier, genau. Ah, da würde ich wahrscheinlich entweder die nehmen oder die nehmen. Aber da brauche ich ja auch wieder diese Schrottteile für. So, bei der Hütte waren wir. Da sind Zombies drin. Hier sind wahrscheinlich überall Zombies drin. Das ist eine Bank. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich traue hier der Mechanik gerade nicht so ganz. Aber hier sind auf jeden Fall brauchbare Sachen. Leere Flasche. Okay, nehmen wir mal mit. Vielleicht zum Trinken oder so. Reifen brauchen wir später definitiv auch. Lehm. Okay. Filter? Für die Gasmaske bestimmt, ne? Okay. Da will ich ehrlich gesagt aktuell nicht rein. Ich weiß, was da ist. Ich suche hier auch ehrlich diese Schrottteile. Die liegen doch, glaube ich, eher draußen, ne? Oh, die Hütte hier, wenn ich die später clear, die wäre doch perfekt zum Wohnen hier. Ein bisschen schäbisch, aber da hätten wir auch so einen schönen, wenn man da irgendwie ein Tor vorbauen kann oder so, so einen schönen Garten oder so. Und ich weiß ja nicht, ob da was drin ist. Ich höre es zumindest nicht. Aber es sieht doch schon ganz schön aus. Jetzt regnet das auch noch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich wäre jetzt auch nicht unnötig. Ah, sehr schön. Meine Schrottteile. Das holt es nämlich jetzt nicht mehr. Da habe ich im Moment bei mir noch so viel. Ah, google mal. Jetzt gucken wir der Sache da schon näher. Sehr schön. Ich weiß, ich werde irgendwann in Häuser müssen, aber ich will halt erst mal die Grundausstattung haben. Axt. Ich habe zwar eine Axt, aber ich würde gerne noch eine Ersatzachse mitnehmen. Hier, den Ton, den brauche ich jetzt definitiv nicht. Ähm. So. Hm. Was war denn das gerade? Oh, wieso dampft das Haus auf einmal? Dafür bestimmt die Gasmaske, ne? Das ganze Hausdampf. Gibt es da Schaden? Vermutlich, ne? Es gibt Schaden. Und da sind auch Zombies drin. Okay. Wie viel Schaden habe ich denn gekriegt? Okay. Na, okay. Hält sie ja noch in Grenzen, aber... Da raten sie mir übel. Gut, ich habe zumindest, was ich wollte. Gehen wir erstmal nach Hause. Wenn ich hier so richtig bin. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Ne. Die Richtung. Diesen richten Dingsbums da. Alles klar. Grün an Nebel, die Zombies haben reinfahren lassen. So sah das auch aus. So sah das wirklich aus. Warte mal. Was ist denn das hier? Ich habe hier gerade neben meiner Anzeige so Ausrufezeichen. Äh, ist ja gut, weil ich ein bisschen Schaden gekriegt habe. Sag mal. Warte mal. Ich habe da gerade so einen Verdacht. Ähm, ne? Das war das nicht? So. Moment. Datos. Ist alles in Ordnung. Equipment. Wieso geht meine Ausrüstung kaputt? Schmilzt das jetzt bei Regen? Ist das saurer Regen, oder? Na, möglich wäre es zumindest. Jut, jutsch. Das wäre in der Tat möglich. Ich weiß nicht, ob da oben noch was drauf liegt. Da kann man ja nochmal gucken. Das ist aber auch schon wieder so ein Mistwetter heute. Sieht aber auch schon wieder aus, als kommt langsam aber sicher Nebel auf, ne? Das kann aber auch am Regen liegen. Die Rucksäcke sind das, ne? Ja, plus zwei Slots. Alles klar. Jetzt haben wir alles erreicht, was wir wollen. Nein! Echt jetzt? Das ist doch wohl jetzt nicht wahr. Ah, meine Machite ist zwar weg. Gut, aber ich habe ja noch den Besi, aber zum Glück ist meine Waffe noch da. Zum Glück ist meine Waffe noch da. Das Problem ist... Wieso bin ich denn so hoch? War das doch gar nicht. Was fehlt denn jetzt? Einstein. Oh, Mann. So hoch war das doch gar nicht. Warte, ich habe doch auf die Leiter geklickt. Ich geh jetzt. Sehr schön. Oh, Mann. Oh, Mann. Genau. Hier muss man Wasser reinfüllen. Die Frage ist nur, womit? Ich habe nichts zum Einfüllen. Und dann kann man das hier irgendwie... Genau, hier reinfüllen und hier kann man das dann rauslaufen lassen, ne? Wenn man was zu trinken hat. Das Problem ist, ich habe nichts. Oh, das ist jetzt echt nicht wahr. Mein ganzes Essen. Mein ganzes gutes Essen. Nur weil ich die Leiter nicht zu fassen gekriegt habe. Echt jetzt. Ab sofort wird alle 10 Minuten gespeichert. Oh, Muni. Sehr schön. Ähm... Vielen, vielen Dank, Aisha. Vielen, vielen Dank. Wünsche ich ebenfalls. Na gut, das ist alles leer, ne? Ja. Gut, hier könnte ich auch Sachen reinfüllen. Das ist richtig. Ich hätte jetzt aber viel, viel lieber irgendwas, womit ich Wasser holen könnte. Ich habe ja nichts. Ich wüsste jetzt zumindest nicht... Was? Und was ist mit den ganzen Sachen, die hier lagen? Sind die auch weg, oder was? Das verschwinden doch sonst nur Sachen aus dem Inventar. Deswegen soll man das in Kisten machen, ne? Alles, was hier lag, ist weg, ne? Und das ist natürlich doof. Okay, dann behalte ich das erstmal im Inventar. Warte mal, was brauche ich denn? Dann brauche ich Schränke. Das nützt alles nichts. Dann brauche ich definitiv Schränke. Das geht vor. Äh, die waren wahrscheinlich bei Möbel. Ehe. Ähm, Wut. Ja, wo kriege ich denn jetzt Wut her? Na, warte mal. Normale Sulzfeuer, Bärefeier. Aber wo ich normale Sulz mache, steht hier auch nix wo, ne? Das sind Lichter. Ja, das sind nur Pflanzen, das sind Möbel, das sind Zielscheiben und sowas. Ja, Stühle. Ne, das vielleicht? Nein. Ähm, hier ist es auch nicht. Da nicht, da nicht. Oh, es gibt einen Karten. Oh. Hammer habe ich vermutlich auch nicht mehr. Heiligenstation, Krankenwirt. Alles klar. Ich brauche da vermutlich wieder eng eine Maschine für, ne? So, das für Tierleder scheinlich eine Werkbank, vermute ich mal. Ja, gut. Die werde ich wohl brauchen? Die Frage ist, wo still ich sie hin? Am besten erstmal hier. Hm? Also der Tod war aber auch jetzt echt unnötig. Der war absolut unnötig. Äh, naja, naja. Jetzt. Davon habe ich noch welche hier drin. Na, naja. Na, absichtlich stehe ich jetzt bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. So, die haben wir komplett. Dann brauchen wir noch Schrottteile und... Ne, wenn ich hierfür schon das Holz brauche. Das Wut. Eine Säge habe ich ja. Oder hatte ich zumindest. Die ist weg. Den Hammer habe ich zum Glück noch. Die Säge ist weg. Axt habe ich aber noch. Aber das ist ja jetzt nicht so das Problem. Ich weiß sowieso nicht. Oder kann man das hier irgendwie im Inventar? Man kann es im Inventar machen, wenn man eine Säge hat, die ich ja nicht mehr habe. Okay. Das ist natürlich doof gelaufen. Kann ich vielleicht. Okay, Basik-Fackel könnte man herstellen. Sack kann man herstellen. Ich dachte, man kann vielleicht eine Axt oder eine Säge oder so selbst herstellen. Aber offensichtlich nicht. Ein Schild kann man sich herstellen, ja. Ne, das geht nicht. Aber gut. Man kann sich zumindest das Holz selber herstellen. Wenn meine Säge nicht weg wäre. Ab sofort wird hier gar nichts mehr. Aber absolut gar nichts mehr. So liegen gelassen. Nix. Finito. Absolut gar nichts. Alles wird irgendwo verstaut. Alles, was ich aktuell nicht brauche. Die habe ich eingeladen. Kommt hier irgendwo rein. Sehr schön. Wie ist das Biet ist das jetzt? 15 Euro. Wir hätten noch Zeit. Mal so eine andere Frage. Spawnt der Loot irgendwann wieder? Oder bleibt der weg? Ich weiß aber halt auch nicht. Ob das jetzt nur Regen ist oder ob hier wirklich Nebel kommt. Ich will ungehen, wenn hier jetzt Nebel kommt. In der Stadt sitzen, ehrlich gesagt. Aber hier bei mir ist ja nichts mehr. Licht hätte ich zumindest nicht. Ich habe eine Gasmaske, ja. Keine Ahnung, ob es Licht gibt. Wenn ja, wüsste ich jetzt gerade nicht, wo ich das Licht aktiviere. Ah. Ah. Auf L. Alles klar. Das beichere ich lieber einmal. Sicher ist sicher. Ich wage es einfach mal. In die Stadt zu laufen. Ich weiß nicht, ab wann das Nacht wird. 18, 19 Uhr so ein Bedreht, vermute ich mal. Vielleicht auch 20 Uhr. Auf jeden Fall würde ich ja definitiv nicht mehr in der Stadt sein. Ich habe ja zumindest noch für den Notfall eine Waffe. Aber dann drück mir mal die Daumen. Könnte natürlich auch auf der Farm. Wäre wahrscheinlich wahrscheinlicher als in der Stadt, ne? Geh mal auf der Farm gucken. Was ich in der Säge finde. Hier ist niemand drin, oder? Ich würde zwar eng was, aber... Das hört sich auf jeden Fall nicht als Zombie aus. Ich brauche jetzt kein Feuerholz. Gut, hier ist noch ein Ersatzeimer. Der wäre sehr gut für trinken. Räuvin. Den nehmen wir auch mal mit. Okay. Okay. Geh, ich wage es noch mal da hoch zu laufen. Komm ich gar nicht hoch. Oder leg ich jetzt an der Waffe. Warte mal. Ne? Da komm ich nicht hoch. Gut. Äh, gut. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Federn. Vielleicht liegt hier noch irgendwo was. Wohnen will ich hier aber auch nicht. Hier ist ja alles so offen. Den kann ich nochmal mitnehmen. Den haben wir ja verloren. Ah, hier ist nichts auf der Farm. Schaddi. Schaddi, schaddi. Hm. Aber hier kann überall noch nirgends was sein, ne? Was ist das so geblieben? Was ist denn das? 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 Lass mich hier weg. Was ist denn das? Was ist denn das? Lauf Junge, lauf! Ich höre, das sehe ich doch. Das sehe ich doch hinter mir. Lauf, 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 lauf. Äh, ja, 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 was war denn das? Ich weiß das nicht. Ich weiß ja nicht, was das ist. Boah. Es ist zumindest weg. Es sah zumindest nicht gut aus. Hier ging welche Tentakel aus dem Rücken oder so. Was war denn das? Da oben ist das Viech noch. Ich musste ja schnell rennen. Es ging nicht anders. Okay, warte mal. Ich werde einmal ganz kurz, bevor ich da hingehe, speichern. Na, super. Es ist böse. Ja, es ist böse. Es ist sehr böse. Es ist absolut nicht gesund. Nein, nein. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber acht Kugeln scheinen dem absolut nix auszumachen. Ich will nicht mehr. Schüssi. Abflug. Na, 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 na. Mach die Tür zu. Ist meine Sache wieder da? Will mich das Spiel verarschen? Was? Echt jetzt? Ah, nee, 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 okay. Ah, zumindest kann ich das Gewehr mit der Munde, die ich einstecken habe, nicht nachladen. Oh ja, das Zeug werde ich auch sofort wegfahren. Ich will nochmal kurz, gut, gut, die Munde, ist das nett? War das vielleicht die? Ich weiß gar nicht mehr, welche Munde ich brauche. Ja, die. Gut. Ich glaube, hier passt auch jede Menge rein, ne? Den Eimer brauche ich gleich, aber die Reifen erstmal hin, dann erstmal hin. Was ist das hier? Brechstange. Okay. Weiß doch nicht, wofür ich die Brechstange jetzt brauche. Kriege ich die unten rein? Jo. Aber ist schon übel, ist schon übel. So, erstmal alles drin. Was passt? Bevor das Zeug hier wieder verschwindet. Man weiß ja nie. Ich habe zumindest meine Säge wieder. Scheiß auf Essen, das findet man schon wieder. Aber die Säge ist wichtig. Den brauche ich noch. Das geht drin. Die brauche ich auch noch. Die Säge brauche ich gleich ebenfalls. Aber das hier kann erstmal alles drin. Wann, hier war es jede Menge rein in die Kommune? Jede Menge. Also mehr als in die Kiste. Okay. Ich habe sogar zwei Säge. Sieh meine an. So. Da werde ich mich gleich mal ganz schnell kurz um Wasser kümmern, weil ich doch keine Lust habe, hier zu verdursten. Dafür brauche ich den Eimer gleich. Eine Säge brauche ich nur. Die andere kann erstmal hin. Sehr schön. Wie spät ist er? Ah, schaffen wir noch. 16 Uhr. Das schaffen wir noch. Sehr schön. Dann machen wir auf die Hütte. Ich weiß nicht, wie sich mein Leben wieder auffüllt, ehrlich gesagt. Ich müsste einmal zum... See. Und da steht der rum. Was ist denn das für ein Viech? Hey, ich gucke gleich mal, ob man die Bretter da aufheben kann. Ich muss wirklich ganz dringend ins Wasser holen. Genau da denkt das Viechfee ist. Was ist denn hier los? Hier bin ich gestorben, ne? Ist das ein Bug oder worum hängt das hier in der Lüft? Ich habe keinerlei Mots und nichts drauf. Ist das ein Bug oder... Aber alle ist wieder da. Ich muss trotzdem Wasser holen. Ich weiß ja nicht, was das für ein Viech ist. Das kam ja aus der Scheune da hinten. Ähm... 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 Auf jeden Fall ist das kein normaler Zombie. Der bugt da irgendwie fest, aber gut. Bleib schön da hinten, mein Freund. Bleib schön da hinten. So, wie holt man jetzt hier, ähm... Wasser raus? Den vielleicht in die Hand nehmen oder so? Nein? Zehn Litern passen rein. Ja, aber wie? Aber wie? Nein, 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 nein. Drum sollte es nicht. Vielleicht hier hin? Jetzt vielleicht die zwei auswählen oder so? Nö, so kippt er aus. Wie soll denn das funktionieren? Ah! War zu weit weg. Sehr schön. Kann ich den auch vielleicht wieder aus der Hand legen? Bleib voll, ne? Gut, sehr schön. Los, Abstand nehmen. Die Marchete hatte ich wieder. Die lag wieder bei mir, ähm... In der Säune. Die habe ich schon wieder. Das ist nicht meine, ne? Ah! Die liegt in der Kiste oben, in der Kommode oben. Haus! Die exists nicht in der Kiste oben in der Kiste oben, in der poder Whoa! Aus dem Kiste roter ist nieOSE, nicht in der Kiste. Dass du véhicst Lookingland aber ist, abijben. Auf keinen sido. 遊 Und dann... Untertitelung des ZDF, 2020